Wir haben die erste Streetmeister-Weltmeisterschaft hier. Oh, gleich wieder Reset drücken, ne? Ist doch egal. Das wird aber rausgeschnitten, ne? Dass du mogen wolltest, oder was? Aber jetzt mal ernsthaft, blocken ist ein bisschen was weich, ne? Ich mein, mein gewinnt zwar ohne nicht, aber ist da weich. Scheiße! Boah, Riku, du hattest einen saugeilen Start. Ja, voll verkacken Start, Mann. Fuckin' Wins. 4-0, war mal ein gutes Match. Nächstes Match... Das 4-0 hätte ich für Spahn, das Hammer. Jetzt kommt das Hammer! Alter, Alter! Das gibt irgendwie einen Preis für... Hammer! Wie viel? Und Mainzer als... Rio. ...Honda! Ah, Honda, Riku! HATTO! 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 Jetzt wird mir sein... Wunder mal überlegen, überlegen als Rio! Entschuldigung, ich mein natürlich Mainzer als... Edmondo... ...HONDA! ...Ich bee... Ich war schon auf guter �:「 Bei uns in großartig –